Ein Verwandlungsrennen Das Rennen müsste ich nicht verlieren, weil ich ja keinen Skill nie habe und keine Fahrzeuge Was haben wir denn da noch? Na ja, ist egal Ach, Open Wheel hießen die Rennen genau Das ist doch was für Markus, Open Wheel Rennen Die kommen alle mit Benji an? Zwei eigentlich so oder nicht? Ob ich das richtig sehe Ich wollte eigentlich gerade sagen, wir hatten jetzt doch keinen Kontakt mehr Wir haben uns auch hier ein bisschen weggehauen Und wenn auch immer ich da gerade grempelt habe, es tut mir leid, aber im Flug kann man leider nicht so gut steuern Oh, Sven! Sorry Ich war irritiert Alter, die drehen sich aber schnell die Digger Oh, Alter, wie kann das? Hey, Kev! Hey, Kev! Oh! 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 Das ist jetzt auch schon wieder dreht er sich, Alter! Oh! 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 Ich hab' sogar gesagtrin das noch nie Ich habe mir gesagt, noch den Promoto vorab Das ohne verbegräuert Das gibt's Oh! Das will nicht Man Okay Da ist Tonنager Das ist so, dass du die Richtung wechselst, nicht das Fahrzeug Ich Šte Das sind disso ja Ich das Ist bei Der Kro Oh! boy das fragen die frauen sie die auch immer die fragen dich wo kommst du hin gemacht der da vorne ist der ziel wieder zurück und sagt kein er leute ich hätte gern ein wagen wieder veränderte gelorien und 2 wir sind noch nicht in runde 2 er hat gemerkt das auch wieder start er wird nicht begatten bist doch unser gruppen mobbing bestückt das weißt du du nennst bin ich mir der neue hallo das stimmt jetzt ist er ja nicht mehr der neue jetzt muss er ja wachs drauf jetzt ist er kriegt er wachs eigentlich alles hat guck mal da fliegt was da oben ja ich bin aus pf1 ich mach das alles von hinten ja ich kenn's dich ja aus ja ich mach's gut gib mir Windschatten vergiss es ich bin immer mal bei der ersten runde ne ja ich bin immer mehr die stelle hinter mir ja du kommst aus dem ding raus und dreht ihr sich klar erst mal weg also wenn du mit dem ding hier kurven fährst du dich mega abbremsen vorher das gas wegnehmen nicht das gas wegnehmen nicht nicht das gas weg dem sagt er sich dreht max vor warst du denn den menschen dafür warst du er redet nicht der gestimmt ja ich glaube das ist einfach an da ist ja auch weil sonst gibt es hier wieder drama und das habe ich kein bock drauf egal dann muss ich ja taktieren jetzt die ganze zeit bei oder ohne aufholen max hätten wir hier ein fahrerfeld wie gestern in singapur ok ich habe mich gestern so gewundert weil davon mal so drastisch langsam wurde es nicht so was macht werden reifen einfach reifen ja wollte ich das so dass du von mir kommst ja ich wäre ja so oder so durch die zeit strafen eigentlich vor dir gelandet werden nicht keksig gedreht hätte im sektor das soll ich mir nicht auch gedacht deswegen einfach da die aus nichts einsenden sowas und man merkt überhaupt nicht dass das hier was italienische stadt der fälte wie ihre schon eigentlich müsste ich ja jetzt taktieren keine ahnung was das bedeutet ist taktisch angehen weil er aufholen alles immer und er hat nur der erste eingegrenzt wird das erste platz überrascht mich jetzt kontoren mich schon oder weiter wenn ritten markus ist ich habe das kann nicht zu ende das wollte ich nicht nur punkte geht hier das einzige spiel wo die innere linie langsamer ist als die äußere ist so das war knapp drei sekunden restzeit erster erster mir ging es darum dass ich wenigstens davor schaffe sonst hast du wieder null punkte ich bin ja nicht so ein bescheiter wie der cap das letzte mal der auch noch einen punkt gekriegt hat obwohl das auch nicht beendet hatte da war auch noch hinter mir enrico hat aber letztes mal auch einen gekriegt obwohl nicht beendet ein schönes rennen kannst du nicht anders sagen ja jetzt wie wachsen hätten man zwar weglassen können aber ich hatte sicher war dass die beiden weiber vorne liegen naja alles gut ist okay So, was haben wir jetzt? Schnapper vs. Wanner